Einer meiner Nachbarn, ein Uhrmacher, der gibt mir immer seine alten Uhrengehäuse, die er nicht mehr verwenden kann. Die nehme ich natürlich super gerne und mache was draus. Das hier ist ein Fliesensticker und damit möchte ich mein neues Ziffernblatt gestalten. Der Sticker kommt dann auf diese Holzscheibe hier, die ich aus Bastelholz zusäge. Und da der Aufkleber transparent ist, streiche ich jetzt die Scheibe noch weiß. Das alte Uhrwerk war längst ausgebaut, aber das ersetzt sich ganz einfach durch ein Batteriebetriebenes. Und jetzt noch ein paar Akzente mit weißem Wachs. Und ein bisschen Wischgold kommt auf die Verzierungen. Und fertig ist die neue Kaminuhr. Ein bisschen quirky und ein Hauch von morbider Romantik.